Park ich denn mal? Ich stehe da. Ich hab euer Auto stehen. Ich fahr mal hinten hier. Es ist nun so, dass man drauf schießen kann, oder? Oder du stellst sie auf die Straße 1. Ja, hab ich. Das mein ich ja. Vielleicht kommt einer vorbei mit das Holen. Weil hier ist nämlich super fällig. Weiter rechts, rechts, rechts. So? Ich stell das mal gegen die Laterne. Dann denkt ihr, da ist einer ausgestiegen und abgehauen. Polizei Auto ist noch. Wo? Richtung Süd-Süd-Ost. Ich nehm mal die Batterie mit, oder? Ihr habt noch Sprit da drin, Jungs. Vielleicht kommt er rein. Ich nehm die Batterie mal mit. Ich komm hoch. Ne, ich hab das Parkloch. Ich mach die Türen mal unten zu. Wir sind voll safe, oder? Super, das läuft doch. Die sind ganz oben, ne? Schau mal hier so ein paar Türen zu, damit die denken. Da war keiner drin. Oder da könnte einer nur sein. Ich komm jetzt oben raus. Wo ich da unten links gesehen hab. Geh Jungs, lass mal ne Runde grillen hier. Was eckt denn hier? Wann wird das Haus? Loll. Stammt. Ach egal. Das ist doch gut, wenn wir auf beiden Dächern sind. Ich guck mal Richtung Nord-Ost. Ey, ist ja echt cool hier. Ey, wie kommen wir denn da ganz oben? Wie kann man hier nicht ganz oben? Das Haus haben wir das Auto euch doch gut geparkt. Ey, da oben ist da auch noch ein Stuhl drauf. Da will ich so drauf, man. Ich kann Westen durch überflicken. Musst'n eigentlich. Eigentlich lässt sich die einer in Granbury flicken. Bei den Türen, ja. Ja. Ja, das ist voll safe. Da sind Rude drin. Hier geht die Rude sich nachher ab. Ich hoffe mal, jetzt bleibt sie. Da kommt nicht, wo alles hinspringt. Alter, ich muss mal pissen gehen, Jungs. Da tut ja keinen Zwang an. Kein Leifheimer. Links, rechts. Wo? Richtung. Gegenüber. Oh, ja. Wie schießt denn der Typ dahin? Irgendwer schießt da auf'n Lüfterschaft auf'n Dach, Mann. Ja, aber ich... Die läuft jetzt wieder schon, ne? Du schießt da oben drauf, Dex. Nee, ich schieß unten drauf. Aber es sieht vielleicht auch nur so aus. Eigentlich kann man so gar nicht daneben. Hinten was geändert? Hinten was geändert? Kommt jetzt wieder raus. Vorne? Ja. Ja, ich seh einen. Ich seh ihn nicht. Muss wo stehen noch, wo stehen. Pass auf, dass das kein A-Bot heißt. Ist der hinten raus oder wo? Kann schon sein. Aber ich hab hinten links im Blick. Ey, das sieht so aus, als ob ich auf die Lüfter schiebe. Ja. Na, verballert nicht alle Munition für so'n scheiß Typen. Ich hab'n auch ganz kurz gesehen. Der ist immer noch hier. Ja, da. Ich seh ihn noch. Im Haus? Ja. Ohne an der ersten Scheibe steht er. In der Regale? Ja, ja. Ja. Ich hab'n bestimmt da irgendwo. Gott weiß wohin geh. Ja, jetzt seh ich ihn. Der ist hinten. Ja. Jetzt ist die Tür hinten raus. Der war im Klo. Jetzt ist er hinten raus. Die Tür. Hinten links im Blick. Könnt ihr hinten jetzt raus? Ich guck mal hier zwischen den beiden Häusern. Habt ihr eure Türen hinter euch zu? Auto, Auto, Auto. Wo? Richtung Südwesten war gerade ein Auto. Südwesten? Mal hält den mal einer im Blick. Ich guck mal da Südwesten. Ich guck weiter auf den Laden runter. Ich sehe da niemanden. Wir hätten doch nur den Schießen sollen, Dickson. Ja, hinten warten. Ach gut. Wann willst du schießen? Hättest du schießen sollen, als der auf dem Freien war? Mit deinem Auto drin läuft. Ja. Sonst hätte der... Sonst wäre der nicht so richtig, dass ihr hier nimmst. Der muss ja immer noch in nem Block irgendwo sein, Jus. Ja, also ich hab ihn noch nicht gesehen. Wir können so weit überblicken. Ja, wir können einen ganzen Block da in der Mitte überblicken. Der kommt da nicht weg. Ja. Der Schlaues rennt ja hinten ganz Richtung Süden raus. Ja, aber dann ziehen wir den nicht so weit. Ja, aber dann ziehen wir ihn auch weit. Ja, aber dann ziehen wir ihn auch weit. Ja, aber sehen müssen wir. Der ist noch da da unten auf jeden Fall. Habt ihr eure Türen hinter euch alle zu? Mhm. Beide? Habt ihr das hört? Ich geh mal gucken. Ich geh mal gucken. Ich hab mal eure Batterie aus dem Auto genommen, ne? Ja. Ich hab das gebraucht. Damit das keiner klaut. Und den Sprit aus eurem Auto hier. Leider drin gelassen, ne? Ja, so an sowas denk ich nicht. Auto! Wo? Auto? Südwesten. Ja. Hinter dem Block, wo wir überblicken. Leitschießen, Leitschießen, Leitschießen. Ach, dahin? Okay. Ja. Guck mal hin. Ja, der Typ muss trotzdem noch da sein. Ja. Passt auf, das ist über euch gefroren. Guck mal, die Deckung, die sieht man voll, wenn du da oben drauf rumtannst. Ja, ich kann da aber sonst nicht drüber wegschießen. Ja, du stehst ja auf. Ah, mach ich ja. Ja, aber wenn du dann schießt, du schießt dann die ganze Zeit. Ob da noch Muni? Mhm. First aid kit. Rechts ist er wieder, der Jeep. Richtung Südwesten. Na ja, okay, wir haben eine Kirche. Hinter der Kirche. Ich komm da jetzt. Ja, der kommt. Ah, der ist dagegen gefahren. Warte, warte. Noch nicht schießen. Erst wenn der bei uns ist. Weiter bereit? Nein. Noch nicht. Lass ihn erst aussteigen. Warte, warte. Der geht zum Auto. Geil, warte, warte. Fuck. Kann man drauf schießen? Nee, warte, nee. Lass mal, lass mal. Der ist noch unentschlossen. Ich glaub, der sind die Leute. Deckung, 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 Deckung. Zugzeug über euch. Da ist ja noch weiter. Meine erst mal in Stadt. Habt dabei die Türen zu? Ja. Irgendwo fährt wieder was? Ja. Echt? Ich hör nichts. Nord, Nord, Osten. Kommt's Geräusche. Denk ich. Ja. Er ist direkt unter uns. Ist das ja unser Auto, Claude? Der ist halt am Motor ausgemacht. Wo ist der? Ja. Denk direkt unter uns. Richtung Norden oder so. Habt ihr das Auto? Nee, das habt ihr bei euch unter dem Ding, ne? Der steht noch. Der steht noch. Alles gut. Ich geh in den Kapitel. Kommt noch ein Auto. Vorne. Der Jeep wieder. Ja. Der geht dahin? Nee, doch nicht. Bleib versteckt. Jetzt dreht er um. Ach, der holt den Typen ab. Meinst? Das könnte sein. Ja. Der ist gerade zum anderen Haus gerannt. Der Typ. Zu dem nebenan. Neben dem Supermarkt. Ja. Ja, genau. Nach rechts nebenan. Ja, genau. Nach rechts nebenan. Hey, hinter uns. Noll. Ich hab keine Ahnung gesehen. Das sind zwei, ne? Ja. Ihr seid beide down. Ja. Ja. Das sind zwei, ne? Ja. Einen hab ich. Alter, ich hab keine Tür gehört, du? Ich auch nicht. Volscht ihr? Ja, ja, deswegen sind die unter euch. Ja. Die haben bestimmte Autos haben gespielt. Der Alters haben gesagt, Oke, du kannst gucken, das weg ist. Ich weiß, der Marsch hat den anderen hatte. Mach. Ich will nicht stoppen. Ich will nicht stoppen. Ja, ja! Okay, das waren denn unsere Sternstunde. Aber es muss nicht was raus, wenn wir uns wieder direkt gefunden haben. Ihr seid Noobs. Oh, ich esse jetzt mal los. Ey, wo ist denn die Treppe bei euch? Mit dem Tisch, glaube ich. Ach so, ich steh die aber. Komm mal kurz weg. Wie lang ist das? Zum Glück hatte ich die Batterie noch. Sonst könnte er jetzt das Auto klauen. Ja. Der campt jetzt auf dem Dach. Ich glaube, der hat noch einen Kollegen dabei. Ja. Vielleicht hat er die Tür nicht gehört, weil die das gemacht haben als Flugzeug geführt. Ja. Ich hab ihn. Fuck you! Das waren aber drei, ne? Oder zwei. Ja, ich glaub, das waren zwei. Mit dem Grill habe ich auch noch erschossen. Ich dachte, das wäre ein dritter. Zwölf noch. Ja. Nein, ich müsste mal das Haus wechseln, ne? Ja. Ich mach das jetzt. Ich wechsel das Haus. Geil, jetzt hab ich noch einen Jeep hier oben geparkt. Ach. Die haben auch ihre Batterie mitgenommen. Nein. Ach. 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 Klau! Mehr in Depth Über Hit TV, wa? Jaa Bisschen Genau! Aus! Du bist tot, ja? Ne, ich bin reingegangen Weg Naja, es waren nur zwei Die haben euch aber auch nicht zerlegt Ich bin wieder aufm Haus Was? Oder irgendjemand weiß, dass du da bist, oder? Jaa Ne, denkt jetzt, ich bin tot Typische Tod-Szenario Naja Naja Naja, ihr hattet ja gar keine First-Aid-Kits und nix Nö Oh nit Du hast ja keine gegeben Ich war ja woanders Ne, Mann Das grüne Auto ist immer noch da Da hat noch keine Gold Oh, ich muss jetzt eh in Süd Pfff Flugzeug Die schau schon hin, wo die fachste ist Ja, der ist mit mir gekillt worden Von hinten erschossen Aufm Dach Echt bitter Echt bitter Was muss ich nennen? Südosten Was nehme ich denn für ein Auto? Drei Minuten noch was Drei Minuten noch was Oh, okay Okay Ich bin bei euch heute Ich prügel mich grad mit einem Toten Nein, ich bin tot Scheiße Nice game Ich hatte halt noch AR aufm Rücken, aber keine Moon Naja, die Moon und wir haben uns verprügelt Hahaha Zeig Sekunden Ich muss hier weg Ich glaube ich nicht mal eure Polizei Auto Mit dem die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020